Ja, moin mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darkrai Primal, oh yeah, aha, so, wir haben da eine Milliarde Quests noch zuhause rumhängen, Tensai möchte auch wieder irgendwas von uns, nee, das ist nur seine komische Burg da, die ich fertig machen soll. Also, wir werden heute die Quests für Sahlia machen, dafür werden wir mal hier hinreisen und dann langsam nach oben gehen, das ist für das Ziel und ich glaube, ich muss noch ein paar Wölfe erledigen, soweit ich mich erinnern kann. Norden, ne, Richtung Norden müssen wir definitiv. Was ist los mit dir, wieso bist du so verletzt? Ach du Scheiß, hast du Narben. Ist aber auch ein fettes Viech, ne? Oh, ja, beruhig dich. So, äh, Mr. Typ, hier hat Hunger, unser Alberto, und wir müssen ihm was zu essen suchen. Och, das ist eine Hand, wir gehen mal Richtung Hand. Ich hoffe, ich überlebe es. Wir springen ins Wasser. Oh Gott, nicht runter, ins Wasser. Ach, hier oben sind wir, ah. Nicht das erste Mal, dass ich da runterspringe, glaube ich. Und ich glaube, da läuft irgendwo ein Tierchen rum, das die Gegner tötet. Oh Gott, ich bin nicht gesprungen, aber es hat gereicht. Und da sehen wir auch schon die Hand. Perfekt. Nehme ich doch glatt mit. Wie viele Länder haben wir jetzt gefunden? 14. 14. Ach Gott. Was läuft denn hier rum? Ist er gerade über so ein Baum runtergesprungen? Ach, Scheiße, das ist ein Vogel. Nein, Vogel. Lass mich. Muss ein Vogel sein. Schwarz. Schwarz. War das schon vorher schwarz? Seltener schwarzer Jaguar. Ach so, den habe ich schon. Okay. Thank you, weiter. Ignorieren wir den. Der kommt da sowieso nicht runter. Ha. Als wenn Katzen runterspringen könnten. Hi, was geht? Was ist das, der Jaguar-Buschweide-Dachai? Dankeschön. Was willst du von meinen Leuten, hä? Verzieh dich. Das habe ich doch gesehen, wie du dich da angeschlichen hast. Kleiner Spinner. Soll mir das nicht entgangen wäre, ey. Ja. Da würde er sich an meine Triller ranschmeißen. Keiner knicken. Können alle mir. So, laufen wir denn richtig? Was machen wir denn da hinten? Eigentlich wollte ich in die Richtung gehen. Aber gut. Ah, hier fängt die Trostlosigkeit an, ne? Oder warum ist das so braun? Hups, das wollte ich nicht. Warum ist das hier so braun? Sieht doch aus wie vorher auch. Also auf der Karte, wenn ihr unten links auf die Karte guckt. Irgendjemand hat es aus euch abgesehen. Schön doch. Ist da vielleicht ein Seltener dabei? Äh, sollen die sich mal prügeln. Ist gerade ein Revierkampf. Wir haben Beute erlegt. Dann streiten sie sich drum. Äh, 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 äh. So. Das nehmen wir definitiv mit. Sag mal. Jetzt hier weh. Mein Zuhause. Oh nein, hier wird's kälter, ne? Wir müssen sowieso in die Richtung. Und zwar genau da hin. Und da müssen wir uns langsam mal die Winterkleidung besorgen, ne? Fragt sich nur wie. Da bist ihr. Der kommt nicht weit. Der kommt nicht weit, Leute. Der kommt noch ein Stück. Noch ein Stück. Wieso hast du keinen Energiewalken oder so? Oh, er ist tot. Perfekt. Seltenes, weißes Jack. Perfekt. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Ich hoffe, daraus kann ich mir irgendwie Fell herstellen. Oder wie. Ja, ich stelle aus Fell her. Das ist ganz normal bei mir. Äh, nein. Ich wollte eigentlich Klamotten sagen. Ich glaube, ich kann mir Klamotten daraus herstellen. Alter, du bist so laut. Die Knochenmühle. Suche die Knochenmühle nach dem vermissten Venja-Jäger. Hast du eine Witterung aufgenommen? Glaube ich auch. Aha. Fußspuren. Manchmal springt er also 100 Meter, um die Fußspuren da zu lassen. Ne, die sieht man glaube ich nur auf diesen komischen Grund hier, ne? Ja. Kälte. Ach, Dreck. Das ist ja eine der ersten Quests, die man bekommt. Ich bitte dich. Ah, es muss hier so kalt gewesen sein, dass er entschlossen hat, in die Höhle zu gehen. Ah. Das ist nicht schlecht. Auch wenn ich glaube, dass es in der Höhle kälter wäre, oder? Habe ich da Mammut gehört? Fußspuren führen in zwei Richtungen. Hier ist noch eine Keule. Ja, oder was bist du? Scheiße, das ist doch bestimmt ein seltener Streifenlöwe oder so, ne? Ist! Ne, ist ein normaler Höhlenlöwe. Der ist aber doch, ich weiß. Doch, einen Schwarzen. Und der Gestreifte war Streifenwolf, genau. Aber ich denke mal, hier könnten wir einen Schwarzen finden. Tatsächlich, der ist weiß. Der ist Schwarzi. Oh. Oh. Okay, der war auch nicht schwarz, ey. Ich, ich wollte schon sagen, wäre der jetzt schwarz gewesen, ne? Dann hätte ich mich zu Recht aufgeregt. Komm, wir untersuchen einfach mal. Die Höhle ist ja egal, wo wir langlaufen. Just for fun, einen Holzpfeil bekommen, okay. Ich vermute mal glatt, dass dieser Venya tot ist. Ist nur eine Vermutung. Ja, er ist tot, lass uns zurückgehen. Er schreit hier irgendwo rum. Kommt das von hier? Erstmal klauen wir seine Sachen und dann suchen wir ihn. Ach! Bist du ein Schwarzer? Nö. Tiffis! Schön. Ah, da kommt noch mehr. Ist hier ein Schwarzer dabei? Du bist ein Sebelzahntiger. Bezieh dich. Er versucht sich auszurollen. Er ist ziemlich schlau, das muss man schon sagen. Lauf abzuhauen. Was soll denn das? Mal sehen. Der haut er mir ab, ey. Komm her! So, war nicht der erste Sebelzahntiger, den ich entlegt habe. Ha! Ja, bleib ruhig hier liegen, bis die Nächsten kommen. Gar kein Problem. Liegt doch, Höhle. War doch recht easy, ne? Können wir uns von hier aus wegporten? Ja, tatsächlich. Coole Nummer. Ich bin so sehr an Fallout gewöhnt, dass ich gedacht habe, ich kann mich von der Höhle aus nicht wegporten. So weit ist es schon gekommen mit mir. So weit. Och, Mann. So, mal gucken, ob wir irgendwie ein bisschen Stuff schon zusammen haben für uns. Daxfell. Ich gucke jedes Mal drauf und jedes Mal erinnere ich mich an Daxfell. Schilf und Mammuthhaut. Alles recht selten, ne? Wäitschai. Windja-Wantar-Gowarsal-Tarsch. Hafchiu-Wantar-Darsarsch. Kursch. Die Mama-Faddi-Hafchuh-Hai. Oh, eine Jagd. Die Balti-Darsch. Mama-Faddi. Okay, eine Jagd. Oh, da brauchen wir noch so viel. Da oben ist doch eine Quest. Ach ja, der Schamane. Bist du irgendwie auf Droge oder so? Ich glaube, sie ist auf Droge. Guckt sie euch an. Entweder das oder sie hat die Erde ziemlich lieb. Und versucht, die Erde zu umarmen. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Das erinnert mich so an, äh... Die Simpsons. An Ralph. Wigem. Hier gab es auch mal so eine Szene, wo er die Erde umarmen wollte. Na gut, rein da. Dann keine Ahnung. Wenn du sie euch, werfenst, die Erde. Dekkar, ab jetzt. Ja. Ah! 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 Ach so, zuerst spuckst du ihn an und dann tötest du ihn. Du bist nicht so, dass du ihn anstattest. Du bist nicht so, dass du ihn anstattest. Du bist nicht so, dass du ihn anstattest. Und dann ist es gleich die nächste Mission. Was geht denn hier ab bei euch? Ah, der ist um die Ecke, ja? Wo müssen wir denn für die ganzen Missionen hin? Ach, einer ist da gleich da. Das ist gut. Da ist der fette Bär. Da ist der fette Wolf. Da ist der Magierfuzzi. Ist auch nicht so weit weg von dem Spawn hier. Ach, da ist auch noch einer mittendrin. Doch, die sind überall. Die sind einfach überall. Wir gehen einfach mal da zu Grosch, dem Cappy Träger. Da müssten wir eigentlich alle durch haben. Kann mich nicht erinnern, dass es jemals in Far Cry so viele Sidequests gab. Ach so, ich habe hier noch keine Hütte gebaut. Gutschön. 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 Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Okay. Müssen wir uns so noch entscheiden, was wir jetzt machen wollen. Wir haben aber im Handwerk hier etwas frei. Sperrgürtel. Oh, mehr Sperre. Coole Nummer. Coole Nummer. Wir haben hier jetzt noch eine zweihändige Keule. Wieso nicht? Winterkleidung! Wolfsfell! Ja! Genau, was wir brauchen. Was haben wir hier so schönes? Nähere dich einem jungen Mammut und halte X gedrückt, um es zu reiten. Reite mehrere Bestien, nachdem du sie gezähmt hast. Säbelzahntiger und Blutfangsäbelzahn. Braunbär. Es gilt die Mammutreitersteuerung. Okay. Okay, wir drauf zu. Fehlt uns nur noch ein Punkt, ne? Okay, ein Punkt noch. Haben wir unsere Keule jetzt verändert? Was? Du hast gerade eine neue Waffe freigeschaltet. Du kannst mehrere Waffen desselben Typs in deinem Handwerksmenü freischalten. Halte LB gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen und zwischen den Waffen desselben Typs zu wechseln. Wähle eine Waffe und drücke nach links oder rechts. Okay. Ah, ich verstehe. Und die ist jetzt mächtiger, oder was? Was soll das hier oben? Seit wann können wir Leitern bauen? Und Zäune? Nee, egal. Äh, was ist das für Fragezeichen? Was geht denn hier ab, Alter? Wieso wirst du mir eingeblendet? Kann doch nichts machen. Okay, Aufgabe hinzugefügt. Ach, Puffy. Puffy ist schuld, okay. Ich muss Puffy eliminieren. Gut, dann sind wir hier jetzt durch, ne? Oh, ich hab keinen Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist doch traurig. Ich brauch noch einen. Dorfmissionen. Ja, komm, machen wir das. Wenn's schon da, hier um die Ecke ist. Kann man das auch gleich mal machen. Alles für das Dorf. So. Nein, verpiss dich. Bin ich dein Pissemann? Ich kann schon seine Sprache verstehen. Snyger heißt Pissemann. Ich glaub nicht, dass es das Wort Pissemann jemals gab. Dann denkt sich sowas aus und... Sind das Knochen? Achso. Sorry. Wollte ich grad schon erschlagen, ey. Und dann können wir ihn bald reiten. Dann sind wir wieder fix unterwegs. Was zum Teufel brennt da für Licht? Achso, das sind unsere Leute. Ist das ein Maschendraht? Sieht aus wie ein Maschendraht. Was macht denn Maschendraht hier draußen? In dieser Zeit. Der Faulfluss. Marwa Paiska. Achso, nee. Das ist... Das ist eine Schnur. Alles gut. Das ist nur eine Schnur. Ich wollte mich schon beschweren. So. Findet die Ursache der Krankheit. Ich sehe Fische. Ganz, ganz viele Fische. Die Fische sind anscheinend schuld. Ich wollte nur mal kurz den Damage testen. Achso. Ich sehe... Ich sehe das Ziel. Da hinten. Wir sollten aber Schilf auf jeden Fall mitnehmen. Seltenes Schilf. Okay. Und jetzt? Hier ist doch nichts. Achso. Das breitet sich aber auch aus hier. So. Nehmen wir das Zeug hier nochmal mit. Schilf kann man immer gebrauchen zu bauen. Bis wir keins mehr brauchen. Wird das wahrscheinlich ewig dauern. Was teilen Sie sich jetzt schon wieder auf? Es geht jetzt schon wieder ab. Hier ist ein heftiges Tier oder so. Fußspuren. Fußspuren. Kein Tier. Ein Mensch. Ach komm. Achso. Er lag im Wasser und das Wasser fließt hier runter. Und wird schlechter durch. Ich verstehe. Oh Gott. Heilige Scheiße. Okay. Vielleicht war es doch nicht das Ziel. Ich muss den Fluss weiter nach oben verfolgen. Ich dachte, das wäre die Leiche gewesen. Aber er ist anscheinend nur durch das Wasser gestorben. Dann war es nicht mal der Bär. Dann war es nicht mal der Bär. Dann war es nicht mal der Bär dran schuld. Aber es liegen doch Leichen im Fluss. Das muss es doch sein. Es ist höchstwahrscheinlich diese Höhle, die wir hier sehen. Für das, die Höhle. Hier kommt das Wasser auch raus, ne? Es sind überall tote Tiere drin. Ich bitte dich. Das wird ja wohl der Grund sein. So, Problem gelöst. Verrottende Leichen entfernen. Achso. Das war bestimmt mein Freund, der... Oh Gott. Okay, ich vermute, das war der da. Bist du ein seltenes Tier? Alter, wo willst du hin? Ich frage dich nur einmal. Bist du ein seltenes Tier? Ignorier mich doch nicht. Ignoriert mich. Was ist denn los mit dir? Wo sind deine Freunde? Hä? Wo sind deine Freunde? Erzähl es mir. Ich glaube, er ist tot. Ja, ja. So, fühl dich frei, ihn zu essen. Wie, ich habe noch eine Leiche weggeschafft. Achso, klar. Habe ich noch eine Leiche weggeschafft. Klar, logisch. So. Und den Wolf lassen wir einfach im Wasser liegen. Erledigt die Wölfe? Der ist doch tot. Es sind doch keine Wölfe mehr. Was wollt ihr jetzt von mir? Hier sind keine Wölfe. Das wüsste ich aber. Ah. Toll. Okay, da ist nur Furz-Ding-Zeug. Was, wenn wir das Ding anzünden? Großartig. Großartig. Okay, bringt nichts. Ich habe gehofft... Willst du, dass ich sterbe? Ja? Versperrt mir einfach den Weg. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die hier oben sein könnten, eventuell. Das sind halt... Das ist nichts. Das ist nichts an Wölfen. Wölfe? Wolfis? Ich sehe hier niemanden. Keine Wölfe. Hä? Erledige die Wölfe in der Höhle. Da war ein einziger Wolf. Und bitte was? Wo kommst du denn her? Was? Hä? Du lockst da aber doch gar nicht. Okay, war ein Bug. Jogu, Freunde. Damit würde ich sagen, haben wir dieses Problem gelöst. Die Leute haben wieder was zu trinken und verrecken wir nicht alle weg. Ich glaube, da hat mal ein Bär drin gewohnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder zu einer neuen Folge, wenn wir weitere Quests machen. hier in Far Cry Primal. Und zwar werden wir als nächstes machen. Machen, machen. Ach, dafür brauchen wir Winterfell. Okay. Mammutreiter. Übernicht die Fähigkeit Mammutreiter, um die Mission freizuschalten. Achso. Wir werden, würde ich sagen, ja, hier unten die Troller hier machen, ne? Ist ja hier um die Ecke. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei der Troller. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.